Es kann sein, seit einem Jahr auf Twitch. Es war eine geile Zeit, echt cool. Wir haben so viel gerissen in dieser Zeit. Wir sind von nichts gekommen und haben gesagt, wir haben eine Community aufgebaut. Das können wir nur euch zu verdammeln. Aber Freunde, es ist heute was passiert. Wir werden nicht über diese Plattform betreiben. Ihr fragt euch sicherlich, wie wir auf diese Idee kommen. Wir waren gerade auf dem Weg ins Studio und dann haben wir einen Brief bekommen. Und in dem Brief steht... SPAUS DU SPASTI! APRIL APRIL! Was ist los? Oh, Jens! APRIL APRIL DU SPASTI! DU SPASTI! APRIL APRIL! Jungen, sieg dir wieder auf oder was, Alter? APRIL APRIL! Hat eh keiner geglaubt! APRIL APRIL! APRIL APRIL! Leute, ehrlich, wer hat geglaubt? Schlaufe meiner Mutter einfach niemand, ne? Scheiße! Keiner hat das geglaubt. Scheiße, Kleine! Ich schwöre keiner. Boah, wir haben uns ein paar Arsch, Dicke. Keiner hat uns geglaubt, einfach niemand. Freunde, heute ist ein geiler Stream. Elfmeter schießt ein Slip and Slide. Ihr habt es euch gewünscht, Freunde. An die Mods kann einer den Titel ändern. Freunde, Fußball-Challenge. Ihr habt es euch gewünscht. Drei, zwei, eins. Junge, Alter, ne? Medox, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, zwei, ne? Der Strichbewegung. Ey, du bist. Schlaufe! Boah, bist du. Freunde, come on! Ey, wir spielen auf Slip and Slide, ne? Das heißt, ich schwöre auf alle Story-Fan-Dusen, aber jetzt, als Tau zusammen auf, Pony. Fehlt die Hälfte! Oh, ey! Wartet, wartet, ja. Wartet, ja. Ey, Freunde, was glaubt ihr, wir sind? Oh, Baby! So, ey, ich glaub, die Hälfte ist hier schon fertig. I love you very much, you squander, Alter. I love you, Baby, ja? Du dreckiger Spanier! I love you! Ey, Bruder! Spanier, 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 Spanier! Der muss gesenkt kriegt, Bruder. Was ist denn, der waagerecht, oder was? Der geht gerade! Der ist ja dann senkrecht. Du, legst du euch! Piss da! Nein! Kaputt. Der ist kaputt. Du, eyst mir scheißegal, jetzt. Der ist kaputt. Und was machen wir denn? Ich krieg doch keine Ruhe! Ich sag's wegen dir, Marc! Ja, was soll ich denn machen? Ich mach das doch! Boah, Bruder, du bist doch aufs Dorf, Junge! Ich mach das doch doch gerade! Was mach ich denn gerade? Ja, verloren wegen dir. Spass dir. Mach's doch Zeitdruck. Das geht nach gerade! Das geht zum Mund! Ja, okay, woher muss das denn? Der sagt mir doch gleich, ja! So, so, Junge! Ja, der sagt mir, der sucht mir doch einen raus! Der so, so, so ist, Junge! So, so, welchen soll ich nehmen? Bruder, bist du behindert, der gerade, der nicht gerade geht zum Mund! Kommt da immer raus, Junge! Ja, was ist denn nicht gerade? Die sind alle gleich, Bruder! Ich schwöre, die sind alle gleich! Hier, 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 du Spassdick! Du wirfst doch alles hin und her! Wollt ihr euch wissen, was, 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 was ist, Bruder? Das geht zum Mund, Bruder, ich weiß nicht was! Dann hilf mir doch, dann weckere nicht! Ja, und der geht nach Süden! Unterstrich Luca, unterstrich Sieben, ein Sockgeschenk! Drei, zwei, eins! Fertig! Fertig! Chat, fertig! Du musst echt nicht weiter, Alter, halt deine Fresse! Boah! Schrei mich an, Baby! Schrei mich an! Ich sag dir, ich schwöre, wir fliegen bis zum Mund damit, Alter, ja? Boah, Alter, das ist lippend, ist leid, Junge, was ist los? Das ist lippend, ist leid! Wir gehen nach dem Gespräch hier auf Schien 04 und hat gerade abonniert. Oh mein Gott! Ey, 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 Freddy Höckel! Noch eine da, wo ich glaube ich... Alex unterstrich, wie gern ab 95, hat 10 Subs an die Community geschenkt. Ey! Okay, wir haben jetzt 7 Slides. Wir machen, ihr kennt das Prinzip, Freunde, drei Runden, wer die meisten Runden gewonnen hat, der hat gewonnen, ne? Wir müssen das vermachen. Boah! Wir brauchen noch ein bisschen Dings, ja? Boah, das ist voll ungewohnt, ja? Was soll ich denn noch machen? Es sind drei Pakete Duschgel drin. Okay, 3x5 Schüsse, best of 3. Okay, let's go! Ey, welche Mannschaft bist du? Ich, äh... Weihabuni. Chaos unterstrich, ein 3.5. Ich bin Darmstadt. Wachst du, Mannschaft. Ich hab nie... Ey, zu Fies... Ah, boah! Let's, du Fies! War er drin? Chet, war der? Er war, Bruder. Ich war, 3, 2, 6. Hab gerade... Ich hab's gegläh. Der war ehrlich. Chet! 3, 2, 1... Oh, sch... Ja! Ja! Ich hatte Angst, Bruder. Ja! Ich hatte Angst. Ey, war er drin? Er war! Juhl! Hä? Wie heißt ich? Mein Name ist Anakin Skywalker, come on! Oh mein Gott, was machst du da? Meister Yoda! Was ist das für ein Game, Junge? Oh mein Gott! Drei, zwei, eins! Sie! Weitere? Ja! Ich bring's auf mich, Junge! Uiuiui! Oho! Zwei, eins! Der fliegt mit Volleyball! Der war doch nicht so gut, wie ich dachte! Ich schwöre, ich hab Angst vor dir! Junge, wenn der mich überrollt, ich flieg durch die Wand! Ich sag euch ehrlich, ja? Zwei, eins! Bruder! Ey, mir geht's gar nicht mehr gut, ja? Ah, Bruder! Drei, eins! Oh mein Gott, ja? Ey, ich muss jetzt, ich muss hier, ich muss hier erstmal reinkommen! Die dritte Zeit hab ich verlernt, Bruder! Oh mein Gott, ja! Alles hängt an meinem Zehennagel, ja? Scheiße! Ich schwöre auf alles, ich hab gerissen! Ich hab ein Gerissen im Knie, ja? Ich hab ein Gerissen im Knie, glaub ich! Boah, ich hab Angst vor dir, ja? Drei! Zwei! Ey! Eins! Ey! Oh mein Gott! Scheiße! Das hätte schief gehen können! Oh mein Gott! Scheiße, ja! Ah! 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 Ich mach das toll, mach mich schon! Ah! Ah, nur, nur, nur! Ah! Ah! Oh mein Griekolf, Alter! Ah, Bruder! Ah, Bruder! Sie sind Bob und Paris, Mev Millimet! Ah, brah! Bami, du bist mein Spitzname! Was hast du denn? Ich laufe dir ein Kleid vor meiner Gig-Gage! Ah, jei, 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 jei! Ich reserviere eine Suite für dich im Wolfsgarten! Willst du mich verarschen, wie du willst? Ah, Jarak! Ah, brah! Ah, ich glaub, alles tut weh, ja! Ah, Chat! Ah! Oh! Okay, drei, zwei, eins! Ah! 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 Wieso, boah, du hast gerade auslaufen, Junge, ja? Ah! Ah! Okay, drei! Einfach gerade auslaufen! Ja! Drei, zwei, eins! Ey, noch mal! Was noch mal? Du hast gerade einfach gerade auslaufen! Ja, und auch den Beispiel, das hilft, Bruder! Noch mal! Wie das noch mal? Bruder! Ja! Ne, mal, das Tor! Noch mal! Mach's doch mal! Du hast doch gesagt, einfach gerade auslaufen! Das wäre doch nicht krass, du bist so doof! Bruder, ich wollte einen Joke machen, Bruder, wie Apo Red! Aber du machst doch okay! Ja! Er ist drin! Ah! 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 Bruder! Ruf krankwanger an! Ich will ruf krankwanger an, Sammy! Ich will ruf krankwanger an! Ich will ruf krankwanger an! Aber ruf krankwanger an! Ruf krankwanger an! Ah! 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 Bruder, fühl mal meinen Nacken! Fühl mal meinen Nacken! Ich bin versteift! Ah! Schnell! Ah! Ah! Bruder! 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 Ey! Mach das wieder zurück! Warte, 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 warte! Erst wenn ich sage jetzt, Bruder! Ja! 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 Jetzt! Jetzt! Ah! Oh! 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 Ich fass mich! Ja! Ah! Ja! Fuck, mein Gott! Fuck! Oh mein Gott! Boah, du hast den Frucht dahinter! Soll ich's mal abziehen, Bruder? Komm, zieh abhin! Ja! 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 Warte! Ey, warte, ich warte! Ohne Lügen! Ohne Lügen! Hey! Ah! Was ist das für ein Oschi, Alter! Oh! Ich hab nicht mal geschossen! Mir ist scheißegal, Junge! Ist mir scheißegal! Bei mir geht kein Tor mehr rein! Nicht bei mir! Ich bin per Märzgesucker! Was? Ich hab den Ball nicht mehr geschossen! Komm her! Was? Ich hab den Ball nicht mehr berührt! Ja! 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 Nein! Nein! Oh mein Gott! 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 Das ist... Ich hab mal... Boah! Was war das für ein Geräusch? Warum schießt du auch nach links, Bruder? Ja! Was sprichst du nach links? Junge! Ja! Ich bin Manuel Kreuer! Was für Manuel Kreuer, Alter! Der Mann mit dem Ungeheuer! Bruder, die Kamera ist glaub ich kaputt, oh mein Gott! Mein Handy ist auch kaputt, glaub ich! Oh mein Gott! Nein! Was ist denn mit der Kamera, Bruder? Die hat ihn ja in Wien da rum, ja? Sieht nix! Das sehst doch selber, Junge!